So Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder eine Powerbox und zwar die Santa Domingo. Die habe ich mir mal sportlich mitgenommen beim Mitternachtsverkauf von Pulver Pirotechnik. Ey! Für 200 Tacken. Ja, pro Schuss 1 Euro. Ich würde sagen, Let's go. Das wird richtig geil. Santa Domingo von Magnum. Kriegst du nicht drauf. Hammer, Hammer, Hammer. Hammer, 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 Hammer Ich habe ein Piepen auf den Ohren, ey. Ich höre nichts mehr. Okay. Alter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017